Wenn Sie nicht spuren, müssen Sie gefeuert werden. Ja, meine lieben Zuhörer, ein Interview, das es in Sicht hat, das an Klarheit und Schärfe nicht zu übertreffen ist, brillant in der Aussage und von wem? Ja, Peter Weber zusammen mit Dr. Hans-Georg Maaßen, dem ehemaligen Präsidenten des Bundesverfassungsschutz. Freitag, den 12. Februar um 17 Uhr auf allen Kanälen von Hallo Meinung. Es lohnt sich. Wenn Sie nicht spuren, müssen Sie gefeuert werden.